halli hallo und willkommen zurück ja willkommen zurück zu meinem kanal und zu diesem spiel welches das jetzt ist ich werde es jetzt nicht noch mal sagen man sieht dass er jetzt auch in der playlist und ja jetzt kommt eine richtig geile szene lasst ein like einen kommentar da cool werden abo dann seid ihr bei mir immer am neuesten stand und dann seht ihr wenn ich ein video lade und wenn ihr ein abo da last wird die familie noch ein bisschen größer ja so denken wir mal dahin und ärgern die kleine tante ihn kein mocks von dir hände hoch kennst du eine nora wo ist sie krankenhaus krankenhaus die oberen etagen dort muss sie sein das war dumm was ist das für ein game ein nintendo ja auf jeden fall eine geile nummer von elli aber so viel farbe wie sehr die sowieso fertig gemacht von daher egal dann gehen wir mal nach oben Ich muss nach oben. Ja, wir arbeiten eben gut zusammen. Darauf wette ich. Das ist unfair. Ich sag's dir. Lass dich mit einem Soldaten ein. Mach die Arbeit viel leichter. Klar. Ja, ich merk's mir. Fuck. Die Scars kommen wohl näher. Hoffe, das sind unsere Leute, die diese Freaks umbringen. Hey, weißt du, warum wir alle zurück in die Basis beordert werden? Ich hab gehört, Isaac will, dass wir uns das Zentrum zurückholen. Hab gehört, wir bringen den Kampf zu Ihnen. Ich glaub's nicht. Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Nicht mal Isaac ist so verrückt. Hab ich aber gehört. Und dann ist natürlich auch klar, dass wir hier jetzt auch gleich schön rummeucheln werden. Boah, was ist das denn hier? Oh, mein Gott. Ich muss mir jetzt erstmal hier einen Überblick verschaffen. Okay, hier ist einer. Da läuft eine rum. Okay. Kommst du hier nochmal lang? Nee, du gehst da deine Runde, okay. Du gehst da rum. Oh, das ist jetzt schon wieder am Ruckeln. Gehen wir hier rum. Krack. Das ist klar. Los, ich geb dir Deku. Perfekt. Da werden erstmal die ganzen Schlupflöcher genutzt. Wo ist die andere Pansen jetzt? Das ist die Kur, oder? Haben wir ja und du was gefunden? Alles gut. Na los, Junge. Lappel! 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 Oh, das rockelt, ey, macker Leute. Scheiße, da kommt einer. Was ist das? Boah, das kann nicht, Anki, ey. Gibt's was Neues? Haben wir irgendwas? Ich finde hier gar nichts. So, haha. Ah, ist doch schön. Die Frage, wo muss ich hier hin? Okay, das ist so eine Liste. Bist du das, Nora? Hä? Also hier dann wohl, hier ist dann wohl gar nichts. Oder komme ich hier irgendwie durch? Nö. Ah, die guten Pellen, Mann. Hä? Ja, aber hier. Bin ich jetzt im Stockfit zu tief oder was? Ach Gottchen, ich liebe es. So, ja, dann gehen wir hier wieder raus, wenn wir hier nichts machen können. Oh, nee. Hä? Ja. 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 Können wir hier irgendwas wegnehmen, wegmachen? Hä? 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 Was mache ich jetzt? Ohhhh. Wat für ne Kacke. Ja. 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 Und... Ja. Ich bin auch nicht im Himmel. Ah. Ich bin noch nicht. dallach im Himmel... Ihr könnt mich mal. Ich hab zu tun. Nora! Für die lass ich mich nicht umbringen. Kein Mucks. Weg mit dem Scheiß. Erkennst du mich? Ja. Du erkennst mich. Was willst du? Abby war hier. Wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Wenn du schießt, ist sofort ein Haufen Soldaten hier. Und du wärst tot. Sag mir, wo sie ist. Vielleicht lass ich dich gehen. Wir hätten dich töten sollen. Ja, das war euer Fehler. So wie einen Fuß in Jackson zu setzen. Wo ist Abby? Hörst du ihn noch schreien? Was? Ich höre ihn jede Nacht. Aha. Ja. Ja, der kleine Pisser hat bekommen, was er verdient hat. Du Mischstück! Hilfe! Einbrichling! Hilfe! Irgendwer! So kleines, dreckiges Stück. Nora! Nora! Du unkampst mir nicht! Nora! Du unkampst mir nicht! Ja, rennen. Ups. Moment. Oh! Nein, nein, nein! Hab dich! Ich krieg dich. Komm schon! Waffen runterwerfen! Nein, nein, halt! Nein, 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 bitte! Zurück! Du kannst einfach gehen, okay? Halt die Fresse! Waffe weg! Hände hoch! Zurück! Du kannst nicht entkommen. Wer sagt das? Halt! Halt! Nach unten! Mach sie auf! Oh, shit! Warum ist der Strom an? Ist egal! Findet den Eindringling! Sch! Klicke! Laura hat keine Maske getragen! Zum Teufel mach sie! Ist mir egal! Ich will sie sehen! Und ich will den Eindringling tot sehen! Nächte! Nächte! Ski! Nächte! Sch! Tja! Sch! Nächte! Warte! ! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will sie doch keuchen. Oh mein Gott. 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 So. Oh mein Gott.